Diese Szene des türkischen Präsidenten Erdogan sorgt für mächtig Aufregung. Vor laufenden Kameras und mitten auf der Bühne ohrfeigt der türkische Präsident ein Kind. Offenbar hatte es der Junge versäumt, Erdogan einen Handkuss zu geben. In der Türkei ein Zeichen des Respekts. Der umstrittene Vorfall ereignete sich während der Eröffnungsteremonie für ein soziales Bauprojekt. Nach Erdogans Rede betritt eine Familie mit zwei Söhnen die Bühne. Der ältere küsst die Hand des türkischen Präsidenten zu dessen Zufriedenheit. Nicht so sein kleiner Bruder. Dieser versäumt den Handkuss zunächst. Erdogan reagiert mit einer leichten Ohrfeige. Schließlich küsst der kleine Junge die Hand des Präsidenten doch noch und wird umgehend dafür belohnt. Erdogan steckt ihm einen Geldschein zu. In den sozialen Medien wird die Szene heftig diskutiert. Während einige argumentieren, dass es sich um eine kulturelle Tradition handelt, die vor allem Kinder gegenüber Älteren zu befolgen hätten, sehen andere in der Aktion ein unangemessenes Verhalten des türkischen Präsidenten. Erdogan selbst scheint mit der Ohrfeige kein Problem zu haben. Ein Video des Vorfalls veröffentlichte er auf der Plattform X.